Hallo! Der Oktober ist vorbei und es ist schon wieder Zeit für Monatsfavoriten, denn heute ist tatsächlich der letzte Tag des Monats. Und ich habe in diesem Video eigentlich gar nicht so viel, was ich zeigen kann, denn vieles habe ich schon in meinem Herbst-Must-Haves-Video gezeigt. Ich verlinke dir das gerne nochmal hier. Das sind einfach so die Sachen, die ich im Moment allgemein einfach sehr gerne benutzt habe. Deshalb schau dir auf jeden Fall das Video nochmal an, falls du es nicht kennst. Da ist auch sehr viel dekorative Kosmetik und Klamotten und alles, was ich halt so gerne mache in dieser Jahreszeit. Aber wir fangen an, denn ein paar Sachen haben nicht in das Video gepasst und das zeige ich jetzt. Das erste ist das hier von Tuff, dieses Powerful Age Föhn Spray in der Stärke 5. Davon hatte ich schon mal berichtet. Ich glaube, das war in der DM-Hall-Review gewesen, dass ich das ganz gerne mag. Und das ist auch so. Also ich mag es immer noch sehr gerne und ich muss sagen, ich finde, es ist das beste Volumen-Spray-Produkt, das es auf dem Markt gibt. Und ich habe da schon einiges ausprobiert. Also ich bin ja auf diesem Volumen-Trip. Und alles, was so an Volumen-Harsprays so existiert in der Drogerie, funktioniert bei mir nicht so richtig gut. Also entweder geben sie zu wenig Klebstoff ab, dass die Haare eben nicht so richtig voluminös werden, sondern eher nur so ein bisschen griffiger. Oder sie sind eben zu klebrig und dann sieht es halt auch irgendwie eklig aus. Aber auf jeden Fall hinterlassen sie alle dieses leicht pudrige, klebrige Gefühl, auch wenn sie eigentlich so ganz, ganz leicht sind. Und das habe ich bei diesem Produkt eben gar nicht. Das benutze ich ja nach dem Haare waschen, gebe ich mir das so in den Ansatz rein, höchstens bis hier. Und dann massiere ich das so ein bisschen ein und dann fülle ich mir die Haare. Auf jeden Fall kopfüber und auch mit der Bürste dann nochmal entgegen der Wuchsrichtung. Also ja, so, du weißt schon, wie ich meine. Und dann kriegt man wirklich tolles Volumen rein. Und bei dem hier wirklich am meisten, wie ich finde. Also es macht natürlich immer noch nicht so eine Riesenmähne, aber es sieht sehr natürlich aus. Und ich finde, das Volumen hält auch so gut zwei Tage lang an, bis ich mir dann eben sowieso wieder die Haare waschen muss. Und deshalb bin ich wirklich sehr zufrieden damit. Die Stärke 3 war auch okay, aber eben nicht so gut wie die Stärke 5. Deshalb auf jeden Fall große Empfehlung dafür. Und da wir gerade auch schon bei Haaren sind und Volumen, habe ich noch eine Sache. Das ist eine neue Bürste von Ebelin, nämlich eine Toupierbürste. Ich habe mir, bevor ich das hier hatte, immer versucht mit so einer Wildschweinborstenbürste die Haare zu toupieren. Hat auch ganz gut geklappt, weil das eben diese Konsistenz ist von diesen Wildschweinborsten, glaube ich, die dafür eben sehr gut funktioniert. Und ich finde den aber sehr viel besser, weil er einfach sehr viel schmaler ist. Und man kommt damit eben sehr gut an den Ansatz ran. Und man kann damit auch sehr gut Druck ausüben dann auf die Haare, um das halt so ein bisschen, ja, wuschiger zu machen und runterzuziehen. Und zu Thema Haare habe ich jetzt noch eine Frage. Und zwar ist mir letztens mal ein Föhn kaputt gegangen. Also er ist durchgebrannt. Ja, ich habe ihn wohl zu doll gequält. Auf jeden Fall ist er einfach plötzlich mitten im Föhn einfach ausgegangen. Und ich habe ihn so lieb gehabt, weil er eben so leicht war. Es war so ein kleiner Reiseföhn, ganz, ganz günstig gewesen. Aber ich brauche jetzt halt einen neuen und vielleicht kannst du mir einen guten Föhn empfehlen, der auf jeden Fall klein und leicht sein muss. Mit so einem riesigen, schweren Föhn, das wäre einfach nichts für mich. Bei meiner Haarlänge brauche ich sowieso schon ewig lange, um zu föhnen. Und dann kriege ich auch noch Krämpfe im Arm und so. Nee, also bitte gerne Empfehlung für einen kleinen, leistungsstarken und leichten Föhn. Dann kommen wir jetzt zur dekorativen Kosmetik. Das erste ist das hier, nämlich ein Dream Lumi Touch Blush von Maybelline. Denn jetzt wunderst du dich, ich habe das doch schon mal gezeigt. Ja, aber es ist jetzt eine andere Farbe. Es ist nämlich jetzt die 04. Ich hatte mir jetzt diese Farbe auch diesen Monat erst geholt. Und die ist auf jeden Fall dunkler als die 02. Passt auf jeden Fall sehr viel besser jetzt zu dieser Jahreszeit. Ich mache das nach wie vor mit meinem Real Techniques Blush Pinsel. Und damit dippe ich einfach so zwei, dreimal rein und dann verteile ich mir das auf den Wangen. Und ja, das wird super toll verblendet. Man sieht keine Übergänge. Es ist einfach ein Traum. Also ich liebe diese Dream Touch Blushes von Maybelline. Und in Kombination dazu habe ich gerne mal wieder meinen Mary Luminizer Highlighter getragen. Und ich weiß, in einem Video hatte ich den etwas mehr aufgetragen gehabt. Und dann haben auch ganz viele gefragt, welchen Highlighter ich auf den Wangen hatte. Und das war der hier. Also der macht auf jeden Fall wirklich sehr schön intensiven Schimmer, wenn man das möchte. Also man kann ihn natürlich auch weniger dosieren. Das nächste ist was für die Augenbrauen. Denn ich bin ja nicht nur auf dem Haare-Volumentrip, sondern auch auf dem Augenbrauen-Trip. Und das hier ist von L'Oreal, dieser Bro Artist Plumper. Den hatte ich mir vor über einem Monat, glaube ich, gekauft. Und am Anfang war ich doch ziemlich skeptisch. Aber jetzt mittlerweile weiß ich ihn doch zu schätzen. Ich habe hier die dunklere Farbe. Das ist so ein dunkles Braun. Und das Besondere an diesem hier ist, dass er nicht nur eine gefärbte Gelmasse ist, sondern dass da eben noch ganz viele kleine feine Härchen drin sind, die dann eben die Augenbrauen auch auffüllen. Und diesen Effekt, finde ich, sieht man. Es ist jetzt nicht extrem. Also ich finde, es hätte vielleicht noch mehr sein können. Aber man sieht es auf jeden Fall so ganz leicht. Und so für den leichten, aufgefüllten Look ist das wirklich richtig gut. Und ab und an mal benutze ich das ganz gerne nicht jeden Tag, sondern vielleicht, ja, wenn ich das noch ein bisschen buschiger haben möchte, dann nehme ich den. Und mit der Bürste funktioniert das auch sehr gut. Das ist nämlich wirklich so eine ganz kleine Bürste, die so ein bisschen dann noch in der Spitze dünner zugeht. Und ja, damit kommt man wirklich so an die ganz kleinen feinen Härchen, auch so hier bis zur Spitze hier am Rand. Und auch eben vorne, wenn ich mir das hier so vorne so ein bisschen buschiger machen will, dann kann man das damit auch sehr gut kämmen. Also ich bin allgemein sehr zufrieden damit. Es hätte bestimmt noch mehr Effekt geben können. Aber ich finde, von allen braunen Produkten, die es gibt, ich habe zum Beispiel auch dieses von Maybelline, finde ich das noch wirklich am besten. Und das hält auf jeden Fall auch die Augenbrauen in Form. Also das macht das alles so ein bisschen, ja, so ein bisschen starr, würde ich jetzt mal sagen. Aber es hält es eben in Form. Und deshalb, ja, mag ich das im Moment auch sehr gerne. Dann das Nächste, das weiß ich gar nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Aber es ist auf jeden Fall etwas, das ich nach einer etwas kürzeren Pause von Nagellackauftragen jetzt wieder sehr zu schätzen weiß. Das ist nämlich dieser Topcoat von Essie, der Good2Go. Für mich gibt es keinen besseren Topcoat als diesen hier. Also eigentlich egal, welchen Nagellack ich trage, ob vom P2 oder von Essie. Wenn der hier drüber kommt, in zwei Schichten, dann hält der Nagellack. Und zwar bei mir immer so gut zwei Wochen. Also bis ich eben keine Lust mehr auf diese Nagellackfarbe habe. Oder wenn mir eben diese Gelnägel rausgewachsen sind und ich sie sowieso neu machen muss. So lange hält der Nagellack dann. Und ich liebe, liebe, liebe dieses Teil. Ich weiß, dass viele sagen, der trocknet sehr schnell aus. Ist bei mir noch nicht passiert. Ich habe ihn aber auch noch nicht so lange in Gebrauch, würde ich jetzt sagen. Ich hoffe, dass er bei mir noch lange halten wird. Ich mache ihn auch immer ganz fleißig sofort zu und ganz, ganz fest. Und dann sind wir auch schon beim letzten Produkt. Und das ist etwas zu trinken. Und alle, die mir auf Instagram folgen, die wissen das. Ich habe nämlich davon schon ein Bild gepostet. Das ist von Müller die Fruchtbuttermilch in Orange und Sanddorn. Das hat mir eine liebe Zuschauerin empfohlen. Und sie hatte mir das erzählt, Nancy, wusstest du, dass es von Müller jetzt eine Buttermilch gibt mit Sanddorn drin? Und ich dachte, was? Ich weiß, dass manchen auch der Geschmack von Sanddorn nicht so gut gefällt. Das ist bei mir tatsächlich auch so, wenn es purer Sanddornsaft ist. Dann mag ich das auch irgendwie nicht, weil das schmeckt wirklich irgendwie so ein bisschen komisch. Also ich habe auch zu Hause einen richtigen Sanddornsaft stehen und den mag ich gar nicht so gerne trinken. Aber so in Kombination mit anderen Sachen, zum Beispiel jetzt eben hier drin, mag ich das sehr gerne. Also diesen leichten Geschmack von Orange, aber so einen Ticken herber als Orange. Ja, so würde ich das beschreiben an alle, die nicht wissen, wie Sanddorn schmeckt. Und das war es auch schon. Ich hoffe, das waren da ein paar interessante Produkte dabei. Schau dir auf jeden Fall noch meine Herbst-Must-Haves an. Da sind noch mal einige Favoritenprodukte von mir aus diesem Monat drin. Und ansonsten würde mich auf jeden Fall interessieren, was du heute noch vorhast. Ob du Halloween heute feiern wirst oder ob du eher jemand bist, der Halloween meidet. Das würde mich sehr interessieren. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.